Wieso habe ich das Gefühl, dass das derselbe Killer von gerade eben ist? Ich weiß es nicht. Könnte durchaus sein. Durchaus. Fantastolös. Fantastomatico. Dann suchen wir einfach nochmal, weil das geht ja so schnell. Ja, ich bin ja. Wenden wir gleich wieder. Guck mal, da sind wir. Wollen wir? Wollen wir? Er ist wieder raus. Was hast du gegen uns? Hast du was gegen mich? Habe ich dir irgendwas getan? Ja, ich habe ein paar Gents gemacht, aber das ist egal. Lass mich doch einfach spielen. Ich will doch nur spielen. Jawohl, der Killer will spielen. Mut ist da. Ich bin bereit, Alter. Bitte geh nicht raus. Ich war schon zweimal und ich wurde vom Killer einfach verlassen. und dann muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Bitte, bitte, lass mich jetzt hier nicht hängen, ja? Danke, danke, danke. Es sieht gut aus. Es ist so schnell. So, könntet ihr bitte auf Wendi drücken. Hella Jelly, Tai und Black Vortex 21. Black Vortex 21 klingt wie jemand, der im Radio ausgerufen wird für den Sieger eines Gewinnspiels und Gewinner des heutigen Gewinnspiels ist Black Vortex 21. Wir werden uns bei Ihnen mit Ihnen in Kontakt setzen und nähere Gewinnbedingungen besprechen. Vielen Dank und als nächstes begrüßt die Top Dark Shadow. Und es geht los. Jawohl. Moin, moin, Leute und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich bin weiterhin gut gelaunt. Habe weiterhin Lust, einfach eine Runde survival zu spielen. Aber damit ich nicht so viel mache, weil das ist etwas, was ich definitiv nicht machen möchte, ähm, nämlich, wie ist das jetzt die letzte Aufnahme für heute? Weil wir haben schon 0.10 Uhr und ich muss in fünf Stunden raus. Deshalb wird dann langsam Zeit nach der Runde vielleicht, äh, schlafen zu gehen. Aber nur vielleicht. Aber ich will von mir noch schneiden, rennen. Aber das Rennen kann er gerne machen, während ich dann noch eine Folge Punisher gucke. Und dann kann ich die Videos hochladen, während ich dann schlafe. In der Hoffnung, dass dann natürlich die Videos schon oben sind und dass ich dann, äh, zur Schule gehen kann. Um sechs. Na gut, eigentlich nicht so um sechs. Sechs auf fünfzig. Schule in der Ausbildung ist schon was Cooles. Deutlich angenehme Arbeitszeiten. Aber ich meine, ich habe 37 Uhr anfangen, bin auch für 12.30 Uhr fertig. Die fünf Stunden merkt man erheblich. Das ist einfach chillig. Warum? Warum? Ich wurde jetzt Rangfortschritt 0. Alles klar. Es wird nicht, weil er verlassen hat. Alles gut. Ja. Was ist mit euch verkehrt? Warum tut ihr mir das an? Das war auf jeden Fall leechten anscheinend. Sieht jetzt so aus. Obwohl, das halt, na gut, muss nichts beleuten. Gut, dann suchen wir halt noch mal eine Lobby. Spaß. Jawoll. Ich würde das jetzt einfach anklart hier drinnen lassen. Ich könnte jetzt einfach sagen, oh, war eine coole Runde. Mach doch rein, Leute. Tschö mit Ö. Aber die Sache ist, das würde ich dann ja lieber zum Träumer. Das andere Problem ist aber, dadurch, dass ihr seht, dass das Video dann, keine Ahnung, 10, 15 Minuten lang ist, oder 20, je nachdem die Runde dann läuft, die ich dann auch verkriegen sollte, sieht ihr dann, haha, er bringt nach einer Minute den Fitz, dass er geht. Aber das Video geht ja noch 19 Minuten. Für Video fällt er mich. Der Trick zieht nie. Außer ich mache natürlich dann einfach mal so Anti-Spoiler-Bildscher, während ich jetzt hier rede und die Leute denken so, hä, super, jetzt hat er 20 Minuten Video hochgelandet, also die zwei, die es gucken, hat er 20 Minuten Video hochgelandet. Dann passiert nichts, ist ja doof. So, ey, guck mal, Lobby. Na? Hey, Blackwater. Ich hasse dich, Killer. Ich hasse dich. Warum willst du uns so abfacken? Das ist jetzt nicht mehr schön. Hör doch auf. Oh, wow. Ich bin bereit, Alter. Die Leute sehen aus, als hätten die es drauf. Ich meine, der eine heißt war KF Heroes. Ja, mit dem Z am Ende, weil nur mit Xen und Zitzen. Ist man richtig geil. Ich weiß, es heißt Zitzen, wenn überhaupt, aber ich sage es einfach Zitzen. Isma hat meinen ersten coolen Namen. Tut mir leid. Ich bin dezent müde. Aber das, ich hoffe, ich stecke euch nicht an. Obwohl, irgendwie hoffe ich, ich stecke euch an, weil das ist cool. Also eigentlich ist es nicht cool, aber es macht mir Spaß. Und ich weiß nicht, warum ich flüstere. Das ist einfach nur erotisch. Okay, reicht. Ja, ich wollte irgendwas sagen, genau. Schule ist echt extrem entspannt. Wobei ich eine sagen muss. Ich habe eine Lehrerin. Die werde ich natürlich nicht namentlich nennen. Obwohl, doch, gehen wir ihr in ein Synonym. Ich würde sie Satan nennen. Die ist, diese Frau ist einfach seltsam. Und ich glaube, jeder hat so Lehrer gehabt, wo du einfach das Gefühl hattest, irgendwie kann die uns nicht leiden. Aber irgendwie amüsiert sie es anscheinend, uns zu quälen mit ihrer Anwesenheit. Sie ist so eine Frau. Ich mache sehr viel mit. Also ich melde mich sehr oft, gebe Antworten etc. Und die Antworten sind nicht falsch. Also man kann sich ja viel melden und einfach fünfmal beschissen Antworten geben, einfach nur, um sich viel zu melden. Aber nein. Und dann ist halt so die Situation, dass sie hin und wieder auch einfach mal Redeverbot gibt. Also im Sinne von, ja, du hast genug gesagt. Jetzt kannst du dich mal schön, jetzt kannst du mal schön die Fresse halten. So, nach der Manier. Und. Oh, mit Rune. Ja. Und dann gab es noch Situationen, Tage, wo ich mir dachte, okay, Redeverbot. Hältst du einfach mal dran, kannst du einfach chillen die Stunde. Und dann nimmt sie dich dran. Hier gibt es eine Antwort und dann kriegt man so gesagt, oh, haben sie auch mal zugehört. Das ist ja schön. Du denkst nur so, what the fuck, fick dich. Das ging daneben. Verfolgst du mich? Du verfolgst mich. Ach, scheiße, ich dachte, sie sind mir näher an mir dran. Das war eine verschwendete Palette. Ich weiß nicht, wo Paletten sind. Ach, verdammt. Ich wollte gerade der da an. Wieso gehst du eigentlich auf mich? Was habe ich dir getan? Das war schlecht von mir. Ich hoffe, du bist kein Killer, weil die letzten Picks, die ich als Gegner hatte, die haben immer sich irgendwo hingehockt und haben auf Distanz einfach den Haken beobachtet. Leute, ihr seid so, keine Ahnung. Ich meine, eine Zugfahrt nach Timbuktu und ich wäre schneller da als ihr, wenn ihr zum Fuß herherkommt. Deshalb wäre es schön, wenn ihr nicht, wenn ihr auch einfach mal, keine Ahnung. Wir haben ja wenigstens eine, die assistieren will. Frage ist jetzt, okay, sie ist bei den beiden dahin. Hab ich Glück. Das Gute ist, man kriegt echt schnell Fähigkeitschecks voll bei der. Hehehehe. Total witzig. Lach mich schlapp. Wann haben die Jen gemacht? Das geschieht ja recht, weil du nicht gekommen bist. Jawohl. Du bist ein Schatz. Ich mag dich. Du bist doch Death Wolf, oder? Nee, Lost in Delirious. Da steht's ja. So, am besten vom Haken runternehmen und dann direkt haien. Ah. Oh nein, nicht du. Geh, hör auf, auf mich zu gehen. Sei nicht so eine Kackpratze. Ich bin gerade nicht gut, was Palettenumwerfen angeht. Da ist sie wieder. In der Position, wo sie am besten hingehört. Auf dem Boden. Oh. Hat fertig gemacht. Ach komm, das war großartig. Ach komm, das war großartig. Hättest du mir einen großartigen BK-Check geben können. Echt, das war gar nicht so scheiße von mir. Okay, hier ist eine Palette. Hier ist eine Palette. Eigentlich ganz gut. Ey, wenn ich sie beschütze, kriege ich auch... Oh, guck mal, ein Totem. Du machst das, Cave Heroes. Da hab ich ein Totem gefunden. Ich wollte zuerst überlegen, ob ich einfach einen Schlag renne, damit ich den Schutzpunkt kriege. Oh, du bist safe runtergetragen. Das war ja easy. Hi. Ich versuche sie mal ein bisschen zu beschützen. Weil sollte sie hier mit einer Dash ankommen. Oh, sie spielt auch mit dem Standard... Oh. Beschütze mir gar nicht so clever. Beschütze mir überhaupt nicht so clever. Nein. Wir stehen zum Weg. Danke. Gehst du wieder nach... Alter, was hast du für ein Problem mit mir? Ja. Tut mir leid. Au. Du vorfällst mich immer noch. Alter, hast du Probleme? Mädel. Was hab ich dir getan? Was hat die... Ehrlich? Ich glaub, die ist Feministin. Die geht nur nach dem Kerl. Ja, sie hatte die zwar gehittet, aber ich war full life. Die Tussi, die sie angehittet hat, die war... Angehittet. Und trotzdem geht sie auf mich. Ich komm nicht dazu, Jens zu machen, weil ich hier die ganze Zeit verletzt werde. Das ist echt nicht cool, Mann. Ich bin auch nur ein Mensch. Oh. Zutiefst missverstanden. Gut, vielleicht geht sie doch nicht nur auf sie, weil immerhin... Hab ich Bock auf die Kiste? Ich hab Bock auf die Kiste. Gönn dir, Alter. Brauchen wir einen Satitätskoffer. Oh, die geht... Alter. Gehst du mir auf den Sack? Was ist er? Ich höre meinen Typen atmen und ich denke die ganze Zeit, das ist der Killer, der hier irgendwo in meiner Nähe ist und atmet. Okay, sie verfolgt jemanden. Alles klar, jetzt geht's los. Jetzt kann ich mal arbeiten. Das ist mein... Mein Metier. Du kommst nicht hierher. Du kommst nicht hierher. Du kommst hierher. Du kommst nicht hierher. Da hat jemand einen Jeng gemacht. Nein! Geht dahin, wo der Jeng gemacht wurde! Okay, ein Hit kann ich ausweichen. Gott sei Dank. Hey, ich habe nichts an Zielen erledigt. Ohne Spaß, ich kam nicht dazu. Was wäre das denn? 2000 Punkte? Oh, 4000 sogar knapp. Ja, easy. War auch eigentlich eine okaye Runde. Ja, ein Pip. Ist okay. Ich habe sogar was geliebt. Mhm, mhm. Okay. Ja, war eine gute Runde, finde ich. War okay. War nicht gut. War okay. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst es, zeigt es gerne mal mit einem Abo, mit einem Like, mit einem Kommentar. Wenn ich was besser, wenn ich was besser machen kann, sagt mir auch da Bescheid. Hätte ich keine Kritik gerne ab und ich habe da kein Problem mit und versuche dann dementsprechend auch was zu bessern, wenn es dementsprechend was ich bin. Natürlich, es muss mir auch gefallen. Deshalb, ja, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Schön, mit Öl. Schön, mit Öl. Untertitelung des ZDF, 2020